Die DAV News vom 12. Januar 2024. SPD steht auf Schmerzen. Tschechien gibt Liegeleist-Ziel auf. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und Dirksgroßhop. Die DAV News und da haben wir tatsächlich mittlerweile 148.346 Euro beisammen in den ersten 42 Tagen der Kampagne und was mich besonders freut, auch von 3.245 Spendern. Also haben wir da richtig viele Leute mitgemacht und wir sind damit auch schon ein bisschen über unserem Spendenziel, nämlich das Ergebnis vom letzten Jahr. Insofern sind wir da sehr zufrieden damit bisher, aber natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr da noch ein bisschen was obendrauf legt. Ja, und nächste Woche kann ich dann das Endergebnis verkünden. So, und jetzt kommen ein Haufen schlechte Nachrichten. Zuerst natürlich wieder die Fortsetzungsstory. Was ist in Deutschland los? War das mit der SPD los? Ja, ich knüpfe mal wieder an, an letzte Woche. Da hatten wir auch nochmal ganz konkret nachgefragt bei den drei Ampelfraktionen und auch Antworten bekommen von Grünen und FDP, insbesondere Grüne. Sehr klar, ja, es gibt keine Verhandlungen mehr zwischen den Koalitionsfraktionen. Die Einigung von Ende November steht inhaltlich und auch der 1.4. als Ziel sozusagen steht. Bei der FDP ein bisschen schwammiger, aber jetzt auch nichts von wegen gegen dieses Gesetz oder so. Nur SPD keine Antwort. Das war im Prinzip die letzte Woche der Stand der Dinge. Und jetzt kam dann diese Woche die SPD-Klausurtagung. Anfang des Jahres, vor der ersten Sitzungswoche, die da stattfindet, so eine Art Jahresplanung sicherlich auch. Man kommt nach Silvester und den ganzen Feiertagen zusammen und stellt sich aufs Jahr ein. Und da stand das Cannabis-Gesetz auf der Tagesordnung. Und da war natürlich jetzt naheliegend zu sagen, okay, die Zeit drängt sowieso jetzt her. Und die Zuständigen der Fraktionsgeschäftsführung, Herr Wiese und Frau Schmidt, die sind jetzt seit über einem Monat auf der Zielgeraden. Hat die SPD-Fraktion ja mal per Pressemitteilung rausgehauen. Die sind dafür verantwortlich, jetzt da den vielstimmigen Chor, wie Frau Lüttke von der FDP das mal so schön gesagt hat, den vielstimmigen Chor in der SPD-Fraktion zusammenzubringen, auf eine Linie und so weiter. 15.000 Strafverfahren ist das jetzt her, seit die auf der Zielgeraden unterwegs sind. Ja, und da wäre natürlich jetzt diese Jahresklausurtagung perfekt gewesen, um da mal irgendwie endlich den Knoten durchzuschlagen, einen Deckel drauf zu machen, diese Sache irgendwie zuzumachen. Ja, und dann stand es auf der Tagesordnung. Und vier Tage lang hat die erst mal die Fraktionsgeschäftsführung getagt und dann die erweiterte Fraktion bis heute Nachmittag. Und ja, da war natürlich die Hoffnung groß, dass da dann auch verkündet wird, okay, wir haben das jetzt, ja, wir machen das wie verabredet und es kommt zum 1.4. Aber nein, nichts kam, ja, also die Fraktionsklausel ist zu Ende. Es gibt auch ein Statement der SPD-Fraktion, was da alles passiert ist und worüber alles gesprochen wurde. EU-Themen waren da vor allen Dingen mit unterwegs und man will jetzt die Schuldenbremse irgendwie aufweichen und mehr Schulden machen. Das ist natürlich jetzt auch vor der Haushaltswoche ein wichtiges Thema natürlich irgendwie, ob man das machen will oder nicht. Auf jeden Fall haben sie offensichtlich nicht über Cannabis gesprochen und haben sich da kein Wort dazu gesagt. Und damit bleibt alles beim Alten. Auf der Tagesordnung des Bundestages steht weiterhin das Cannabis-Gesetz nicht. Wobei da eben auch bisher nur die erste Sitzungswoche zu sehen ist online, die jetzt nächste Woche stattfindet. Ja, also Sitzungswoche ist nicht gleich Kalenderwoche. Die Sitzungswoche ab 15.01. ist die erste Sitzungswoche. Ja, vorher haben die gar nicht getagt. Die sind ja auch in den Wahlkreisen überall verteilt in Deutschland und kommen zu bestimmten Sitzungswochen zusammen nach Berlin. So, und jetzt nach wie vor steht es für die erste Sitzungswoche nicht drauf. Dann haben wir noch eine Sitzungswoche, die stattfindet von Ende Januar bis Anfang Februar und dann nochmal eine so ungefähr in der dritten Februarwoche bis zum 23. Februar. Und das ist die letzte Chance, noch rechtzeitig das Cannabis-Gesetz durch den Bundestag zu bringen, damit das zum ersten Pferd in Kraft tritt. Und jetzt haben wir nach wie vor kein Statement von der SPD, wie die damit denn jetzt umgehen wollen. Jedenfalls nicht von der Fraktionsspitze, von denen wir das ja gerne mal hören würden, nachdem die ja im Prinzip ständig vertagt haben, dieses Cannabis-Gesetz. Erst wegen Hamas-Überfall auf Israel, dann wegen Haushalt völlig sinnlose Verknüpfungen. Ja, das hat gar nichts damit zu tun jeweils. Und es ist auch jede Menge Platz jetzt noch nächste Woche vor diesen Haushaltsberatungen für alle möglichen Themen, aber nicht für das Cannabis-Gesetz. Also wieso die da überhaupt diese Verknüpfung machen, kann eigentlich nur immer noch an weiteren internen Querelen liegen. Alles andere ist eigentlich Unsinn. Und es gab halt noch so ein paar Statements diese Woche. Einmal zum Beispiel von Aidan Özugutz auf Facebook, MdB, SPD. Die ist auch stellvertretende Vorsitzende des Bundestages. Heißt das Vorsitzende? Ja, diese Versammlungsleiter da. Aber nicht im Fraktionsvorstand. Die hat nur gesagt, ich bin kein Fan dieses Gesetzes. Sie sind auf der falschen Seite unterwegs, hat sie jemandem geantwortet, der da nachgefragt hat. Ja, obwohl das ist ja genau die Richtige, die man ansprechen muss, wenn sie nicht überzeugt ist vom Cannabis-Gesetz. Ja, das hat sich scheinbar nicht kapiert. Irgendwie das darum ging, dafür zu werben. Ja, also ein negatives Statement, obwohl die jetzt nicht gesagt hat, dass sie dagegen stimmen wird oder so. Aber ja, wieder der Vielstimmelchor. Wie gesagt, da hat man nicht so genau weiß, was wollen die überhaupt. Ein interessantes Statement von Irene Mihalic nochmal. Die ist erste parlamentarische Geschäftsführerin bei den Grünen. Also ziemlich hohes Tier. Genau die Riege sozusagen, die wir angefragt haben. Dass Sie sich jetzt mal dazu äußern, bitteschön. Weil ja auch bei der SPD diese Geschäftsführung, diejenigen sind, die auch zum Beispiel in drogenpolitischen Sprechern kam, Wege Dirk Heidenblut quasi in die Parade gefahren sind. Oder in den Rücken gefallen, wie auch immer man das nennen will, mit der Verschiebung des Cannabis-Gesetzes. Da hatten die ja selber auch nicht mit gerechnet. Also obere Ebene. Deswegen wollen wir ja jetzt von der SPD-Geschäftsführung auch mal ein Statement haben und nicht mehr von den fachpolitischen Sprechern. Ja, weil die im Zweifelsfall sowieso nur wieder einen Knüppel zwischen die Beine kriegen von oben. Und hier von den Grünen haben wir halt nochmal so ein Statement von oben bestätigt nochmal, auch was wir letzte Woche als Antwort bekommen haben. Ein Inkrafttreten am 1.4. ist zwischen den Koalitionsfraktionen besprochen und würde aber auch bei Aufsetzungen innerhalb des ersten Quartals möglich sein. Also die hat nochmal diesen 1.4. in den Raum geworfen und auch nochmal bekräftigt, dass jetzt da nichts mehr ist mit irgendwelchen Beratungen inhaltlicher Art, sondern na, so mal losgehen jetzt. Und was eigentlich auch ein Statement ist, was zuversichtlich stimmt, ist von Kamm Wege, die sich auf Abgeordnetenwatch nochmal sehr deutlich geäußert hat, nachdem sie auch in den letzten Monaten oder Wochen eher ruhig gewesen ist mit Statements. Hier und da hat sie nochmal ein bisschen vorsichtig sich geäußert und sofort auch wieder Schimpfe gekriegt sozusagen von der Community und auch keine Gedeckung jetzt von oben, von der Geschäftsführung. Insofern war es jetzt relativ ruhig, aber am 8.1. hat sie nochmal auf Abgeordnetenwatch sehr klar gesagt, ja, wir machen das, wir beschließen das und das wird zum 1.4. in Kraft treten. Das kann sie zwar so gar nicht sagen, weil es ja auch im Bundesrat auch nochmal so eine gewisse Hürde gibt, aber zumindest kann sie für den Bundestag, wenn sie da einigermaßen sicher ist, wir können jetzt hoffen, dass sie gelernt hat sozusagen, dass so ein Statement nur raustut, wenn er wirklich sicher ist. Da kann man ein bisschen Hoffnung draus schöpfen, dass es doch jetzt irgendwie kommt noch rechtzeitig. Aber es ist schon ein bisschen erbärmlich, dass nicht innerhalb so einer Fraktionsklausur dann wenigstens endlich mal nach einem Monat Zielgeraden da mal irgendwie Tacheles geredet wird und da sich die Sache geklärt wird oder so. Das ist schon eine Sache, das verstehe ich nicht. Ja, da kann man nur annehmen, dass die SPD sich irgendwie gerne selber Schmerzen zufügt, wenn sowieso klar ist, wie das Ergebnis ist. Ja, also, ja, und auch den Hardlinern in der Fraktion, denen das nicht passt, das irgendwie beigebracht werden muss, ja, dann kann man doch auch gleich machen. Ja, das Ergebnis ist doch dasselbe. Stattdessen verprellen die Tausende von Wählern, jeden Tag wahrscheinlich Tausend Wähler irgendwie, jeden Tag, den sie zögern, jeden Tag, wo 500 Strafverfahren wieder gegen Cannabiskonsumenten eröffnet werden. Und immer man, einem klar ist, okay, geht nicht vorwärts wegen der SPD, obwohl die das ja eigentlich beschießen wollen, scheinbar, ja, was so im Prinzip alle möglichen Hinweise gibt es ja dafür, dass sie das wollen. Aber die Geschäftsführung sagt das eben nicht klar. Und das ist einfach erbärmlich irgendwie, spätestens jetzt nach so einer Fraktionsklausur hat das nicht passiert. Ich verstehe das nicht. Ja, das ist wirklich irgendwie Selbstkasteiung, keine Ahnung, die wollen keine Wähler haben oder was. Das ist wirklich unbegreiflich. Unsere E-Mail-Aktion geht weiter, nach wie vor auf unserer Seite. Könnt ihr mitmachen und Protest-Mails an die Fraktion schicken. Aber das ist natürlich jetzt auch mittlerweile, wird das ein bisschen weniger natürlich, ist jetzt nicht mehr so furchtbar beeindruckend. Ist nur eine Möglichkeit von vielen, sich zu engagieren. In den sozialen Medien nach wie vor SPD-Abgeordnete, vor allen Dingen Geschäftsführung irgendwie ansprechen, die Fraktion selber ansprechen. Was ist mit dem Cannabis-Gesetz? Wann kommt endlich ein vernünftiges Go? Ja, bis jetzt ist es eben wirklich noch nicht da. Und es steht nicht auf der Tagesordnung vom Bundestag. Jetzt hört man aus manchen Richtungen auch so, aus SPD-Kreisen, ja, das ist doch alles gesagt. Es gibt doch dieses Statement von Anfang Dezember da, von eben Dirk Wiese und Schmidt. Aber da steht eben nicht klar, wir stehen zu dem Kompromiss. Nachdem eben die Hardliner gesagt haben, wir stimmen dagegen und wir müssen dann auch beraten und so weiter, haben die nicht klar gesagt, ja, wir machen das. Und der Kompromiss steht, sondern haben irgendwas von Zielgeraden erzählt und von Beratungsbedarf und hin und her. Aber kein klares Statement. Insofern müssen wir weiter trommeln, ja. Die Chance ist nach wie vor da, dass das in der dritten Februarwoche, also auch die dritte Sitzungswoche in diesem Jahr noch kommt. Das würde gerade so ausreichen, um den Bundesrat zu erreichen am 22.03. und zum 1.04. in Kraft zu treten. Aber wirklich letzte Sekunde, ja, die machen das wirklich sehr spannend irgendwie. Wirklich ziehen das bis zum letzten Moment raus, anstatt einfach mal klare Kante zu sagen, wenigstens zu sagen, wir machen das dann. Ja, selbst das haben es auch noch nicht gemacht. Also weiß man auch nicht, was jetzt passiert, wenn es doch noch Komplikationen bei den Haushaltsberatungen gibt. Dann ist schon klar, dass der 1.04. nichts mehr werden kann. Weil die Haushaltsberatungen werden vermutlich jetzt in der zweiten Sitzungswoche stattfinden, von Ende Januar bis Anfang Februar. Und damit ist diese Woche auch tot. Ja, und dann bleibt nur noch die allerletzte Woche, die überhaupt in Frage kommt für den Krafttreten am 1.04. und das ist einfach erbärmlich. Und da kann man wirklich nur hoffen, Leute, macht endlich mal Nägel mit Köpfen da. Nächste Woche wieder spannend, weil dann müssen wir wirklich nächste, übernächste Woche, in den nächsten zwei Wochen muss das Ganze entschieden werden und auf die Tagesordnung gesetzt werden, weil sonst ist es zu spät. Gut, so viel dazu. Also viel mehr gibt es da nicht zu erzählen im Moment. Erbärmlich ist das Ganze. Meldet euch bei der SPD, bis sie sagen, ja, ja, wir machen das genauso wie verabredet und es kommt rechtzeitig. Also bis jetzt ist es halt unklar. Dann haben wir noch ein paar schlechte Nachrichten. Einmal aus Tschechien. Die wichtigste schlechte Nachricht. Tschechien hat das Ziel aufgegeben, Cannabis zu legalisieren. Die hatten ja im Prinzip genau das Gleiche wie Deutschland vor. Ursprünglich eben eine vollständige Regulierung des Marktes. Deutschland ist dann abgesprungen, hat gesagt, wegen EU-Recht geht alles nicht und so weiter. Wir müssen da ein kleinere Süppchen kochen. Und Tschechien ist aber bei dem Plan geblieben und hat gesagt, nein, wir wollen vollständig legalisieren und wir haben eine Idee sozusagen, wie wir das juristisch mit der EU auch durchkriegen. Und das hätte im Zweifelsfall dann eben auch zu einer Klärung der Sache geführt. Spätestens beim Europäischen Gerichtshof hätte dann geklärt werden können, ob nun die Regulierung des Cannabis-Marktes in einem einzelnen Mitgliedsstaat mit EU-Recht vereinbar ist oder nicht. Da gibt es verschiedene juristische Ansichten dazu. Aber es klärt eben nie einer. Die EU redet immer in Hinterzimmergesprächen den einzelnen Mitgliedsstaaten das Ganze irgendwie aus. Wie Deutschland, wie Luxemburg. Ja, und jetzt hat eben auch Tschechien einen Rückzieher gemacht. Ob das auch an so einem Hinterzimmergespräch liegt oder nicht, weiß man nicht so genau. Könnte auch sein, da einfach eine große Spreizung dieser Koalition in Tschechien liegt. Da geht es auch von konservativ bis Piraten. Ist alles dabei. Die Piraten wollen auch weiter noch verhandeln und sagen, dass wir dazu doch wenigstens modellprojektmäßig Fachgeschäfte einführen wollen, so wie in Deutschland. Aber ansonsten ist der Plan jetzt runtergekocht auf sozusagen das deutsche Modell mit eben Eigenanbau, legalem Besitz und Anbau vereinen. Ja, auch mit Registrierung von Konsumenten habe ich da was gelesen. Also auch genauso kritische Sachen mit dabei wie in Deutschland. Und ja, damit spätestens kann man sagen, dass wir weiter sind als in Tschechien. Wir haben ja jetzt auch, ja, das steht kurz vor der Abstimmung sozusagen. Aber die Tschechien haben wohl auch jetzt einen Gesetzentwurf, den haben wir noch nicht gesehen. Aber es heißt, dass eben in diesem Sinne da jetzt ein Gesetzentwurf da ist sozusagen. Naja, für die europäische Legalize-Szene ist das sicherlich ein großer Rückschlag, dass damit jetzt eben kein einziges europäisches Land mehr im Moment ganz konkret den Plan hat, Cannabis zu legalisieren, sondern alle nur so halbgare Lösungen wie Deutschland anstreben. Ähnlich Rolle rückwärts in Thailand. Da fragen auch immer alle schon, warum nicht im Hintergrund da hinter mir irgendwie auf der Weltkarte Thailand nicht auch als Legalize-Land ausgezeichnet ist, weil da gibt es ja auch Shops, die Cannabis verkaufen und ganz offen und macht einen sehr legalen Eindruck. Aber die Situation ist eben nicht klar. Wir haben es da auch mit einem Staat zu tun, der Demokratie gerade erst übt noch sozusagen und der kein klares Regulierungsgesetz hat für diese Shops, sondern einfach nur irgendwie so ein bisschen Wildwuchs zugelassen hat, nachdem erst mal Cannabis gestrichen wurde aus den Drogengesetzen. Die Regierung aber auch immer gesagt hat, es ist nur zum medizinischen Gebrauch, nicht zum Freizeitgenuss sozusagen, als Genussmittel. Haben das aber nur immer so gesagt, ja, und interessiert sich bis jetzt keiner dafür. Aber jetzt kommen die eben auch mit Gesetzentwürfen um die Ecke, die neu gewählte Regierung auch, die hatten auch eine Wahl letztes Jahr und wollen jetzt auch diesen ganzen Recreational-Markt zurückdrängen. Also diese ganzen Shops, die da eben an Touristen zum Spaß irgendwie Gras verkaufen, das soll eingedämmt werden. Deswegen, ja, ungefähr so, wie ich prognostiziert habe, ja, solange das nicht klar ist, irgendwie kommen die auch nicht hinten auf die Legalize-Karte. Und das scheint sich jetzt eben auch rauszustellen, dass das tatsächlich so ist, dass die zurückrudern wollen. Haben sie aber auch noch nicht, ja, noch sind die Geschäfte da. Und sie haben jetzt gerade so ein Beteiligungsverfahren, dass die Bürger sich nochmal äußern können zu diesem Gesetzentwurf. Vielleicht kommt es auch nicht, aber die Regierung in Thailand plant auf jeden Fall den Rückwärtsgang und will Cannabis nur zu medizinischen Zwecken zulassen. Und die Shops zumachen, die was anderes veranstalten da. Nächste schlechte Nachricht, die es auch schon seit 20 Jahren immer wieder gibt, ja, in Dänemark, in Christiania, dieser autonome Stadtteil, wo die Pusher Street ist, also öffentlicher Haschverkauf an Verkaufsständen seit Jahrzehnten stattfindet. Und seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Nachrichten, dass das zugemacht werden soll von der dänischen Regierung und von der Stadt Kopenhagen. Immer wieder Polizeieinsätze da sind und Razzien da sind und so weiter. Aber irgendwie hat sich diese autonome Community da immer gewehrt und ist da immer dabei geblieben, bei dieser Pusher Street. Und die haben es nie geschafft, die zuzumachen. Aber jetzt ist es mittlerweile wohl so, dass zunehmend organisierte Kriminalität da zugange ist und irgendwelche gewaltbereiten Gangs den Handel übernommen haben und dann jetzt eben auch diese Einwohner von Christiania terrorisieren, sodass die selber im Prinzip die Pusher Street loswerden wollen, weil sie mit der Gewalt irgendwie nichts mehr zu tun haben wollen. Da sind auch Leute umgekommen und erschossen worden und so weiter mit Bannenkämpfen um diese Verkaufsstellen und so weiter. Zeigt einmal mehr, ohne vernünftige Regulierung und anständigen Markt letztendlich kommt man nicht vorwärts und ist immer nur letztendlich die Förderung von Kriminellen. Und in dem Fall will jetzt eben auch die dänische Polizei da härter zugreifen. Die Drogenstrafen sind erhöht worden, auch für Konsumenten, die erwischt werden. Da gibt es jetzt so einen speziellen Bereich, wo die Strafen härter sein sollen, wenn man mit Cannabis erwischt wird und auch da verkauft. Und insofern, das ist jetzt dieser Tage irgendwie in Kraft getreten und jetzt ist auch mit einer Umsetzung zu erwarten, mit Polizeieinsätzen und so weiter. Man darf gespannt sein, ob es diesmal klappt. Aber auch da rückwärts gang. So, jetzt kommt noch mal die gute Nachricht, die ich das Ganze eingebettet habe, nämlich Amnestie in den USA für 2,3 Millionen Cannabis-Straftäter insgesamt. Normal ist so eine Art Legalizer-Truppe wie wir hier in Deutschland in den USA. Die haben so eine Übersicht gemacht, welche Bundesstaaten, einzelnen Staaten diese Expunchments gemacht haben. Die haben entweder im Prinzip jetzt die Daten gelöscht von irgendwelchen Cannabis-Straftätern oder sie haben sie versiegelt, dass also da die Polizei nicht mehr rankommt. Wenn die mal irgendwie den Namen in den Computer eingibt oder so, dann taucht eben nicht mehr auf, hier BTM-Straftäter oder so, sondern das ist halt irgendwie abgekapselt, diese Information, wenn sie nicht irgendwie einfach technisch gelöscht werden konnte. Auf jeden Fall kann man da nicht mehr so einfach darauf zugreifen. Und beides zusammen sind insgesamt eben 2,3 Millionen Leute, die da jetzt befreit worden sind von dieser Last, dass sie da eben mit irgendwelchen alten Strafverfahren in den Daten ständig konfrontiert werden oder zumindest die Gefahr laufen, damit konfrontiert zu werden. Das ist natürlich auch eine Sache, die im deutschen Cannabis-Gesetz eine Rolle spielt. Die Amnestie haben wir lange diskutiert und in Teilen soll die auch kommen, dass da aus dem Bundeszentralregister zumindest Fälle gelöscht werden. Ja, und in den USA sind sie da eben schon relativ weit. Muss man allerdings auch sagen, dass es unterschiedliche Systeme gibt. Teilweise machen die das automatisch, dass sie selber im Prinzip die Gerichte und so weiter da die Fälle durchfilzen und gucken, was kann man da jetzt löschen und teilweise muss man Anträge stellen, damit das passiert und insofern sind natürlich auch die Trefferquoten da und die Zahlen in einzelnen Bundesstaaten sehr unterschiedlich. Ja, trotzdem gute Nachrichten und dann habe ich noch einen Termin in Mannheim, da trifft sich unsere Ortsgruppe am 16.01. Und das war's. Ich freue mich über ein Like auf dieses Video, auf Abos für diesen Kanal, die Glocke, nicht vergessen, da ihr immer Bescheid bekommt, wenn hier ein neues Video kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020